To all the drama queens, ihr habt euren Partner schon wieder erwischt? Schatz, mit wem telefonierst du? Wie kannst du mir das antun? Nein, ich will nicht darüber reden. Ich brauche jetzt Zeit für mich. Vielleicht ist es besser, wenn wir uns trennen. Und zwei Minuten später, Schatz, du blutest. Komm, ich fahre dich ins Krankenhaus. Ich liebe dich über alles. Oh mein Gott, so viel Drama sieht man nicht einmal auf Netflix. Ist ja schön, wenn ihr mit euren Emotionen so in Kontakt seid. Aber wenn ihr ein Verhältnis habt, dann sieht die Dinger auch im Verhältnis. P.S. I still love you. Bitte Ruhe dahinter, Hermann. Ich hab genug. Mach jetzt die verdammte Kamera aus. Ja, das sind die Cupcakes. Viel Spaß damit. Und tschüss. Tschüss, bitte. Nichts. tastes gut.